Kaspars Stippvisite, da dreht sich alles um Gesundheit. Das wichtigste Thema neben Urlaub in unserem Leben. Und vielleicht haben Sie schon mitbekommen, heute im Laufe des Tages, unser Björn Kaspar vor Ort. Und im Kurzzentrum Warenmöritz hört er sich um, schaut sich um, gibt ganz tolle Tipps. Und wie ich gehört habe, bist du ja gerade am Pool, nicht wahr? Und ich schätze mal, die Gäste sind jetzt gerade beim Abendessen, oder? Hallo, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer. Ja, hallo nach München. Ich bin wieder in Warenmöritz unterwegs, heute für Sie. Und schaue nach Gesundheitsregionen, nach Gesundheitskonzepten. Und Warenmöritz zwischen Hamburg und Berlin genau gelegen, hat ein Drei-Säulen-Gesundheitskonzept, was ich mir unbedingt anschauen musste den ganzen Tag. Und wir sind jetzt einmal in der Pool-Landschaft bei Ihnen und nutzen jetzt einfach die Gelegenheit, dass alle gerade zu Tisch sind. Und neben mir der Hoteldirektor vom Kurzzentrum, Herr Wendanio, erzählen Sie ein bisschen, was über Ihr Drei-Säulen-Konzept hier in Waren. Ja, unser Drei-Säulen-Konzept basiert auf den Themen Heilung, Prävention und gesund bleiben. Dazu ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich unser Naturschatz, die wahren der Thermalsohle. Thermalsohle in unserem Außenbecken, was man jetzt im Moment nicht sehen kann, ist auch Thermalsohle vorhanden. Zwei bis 2,5 Prozent Sättigung. Wir haben hier einen großen Innenpool. Wir haben aber darüber hinaus auch noch vier Therapiebecken in unterschiedlichen Größen, die dann dementsprechend den Beschwerden der Gäste angepasst werden. Verschiedene Therapieformen, Sie haben es schon angesprochen, und auch die besondere Waren der Thermalsohle. Gehen wir erstmal auf die Thermalsohle ein. Was ist das Besondere an dieser Thermalsohle und wo kommt sie her? Die Thermalsohle in Waren kommt aus ungefähr 1600 Metern Tiefe, wird hier ganz in der Nähe vom Haus gefördert. Es ist quasi ein unterirdischer Solesee, circa zwei Millionen Jahre alt, wird dann ungefiltert zu uns ins Haus geliefert und in einem relativ aufwendigen, intensiven Prozess für unsere Gäste gereinigt, aufgearbeitet. Es handelt sich hierbei sogar um ein Arzneimittel, welches wir dann für unsere Gäste vorhalten. Sie schreiben sogar auf Ihrer Internetseite, und das fand ich spannend, es ist ein Jungbrunnen. Was meinen Sie damit? Es ist ein Jungbrunnen, weil Wasser ja schon seit vielen tausend Jahren bekannt ist als lebendiges. Und unsere Thermalsohle ist besonders mineralhaltig und dadurch fühlt man sich am ganzen Körper einfach viel jünger und frischer. Neben der Thermalsohle ganz viele weitere Therapieformen und Anwendungen, die ich hier machen kann, wer sind Ihre Gäste? Ja, unsere Gäste sind eben wie die drei Säulen schon sagen, Gäste, die schon Beschwerden haben, die ihre Heilung suchen hier, aber auch Gäste, die sagen, ich möchte gar nicht krank werden, ich mache mir was für die Prävention, aber auch Gäste, die gesund sind und einfach sagen, ich möchte hier noch ein Stückchen gesünder werden. Neben dem Kurzentrum bieten Sie hier ganz, ganz viel mehr Waren an der Müritz, ein ganz toller See, wir können Aktivitäten machen, ich muss nicht im Kurzentrum bleiben. Erzählen Sie ein bisschen noch den Zuschauern was, die den Ort nicht kennen über die Region. Also Sie können natürlich auch im Kurzentrum bleiben, denn wir haben ein vielfältiges Angebot, abends an unserer Bar, es gibt Vorträge den ganzen Tag, es gibt Tanzabende, es gibt Vorlesungen, es gibt Chöre, die singen, aber wenn Sie es nach draußen zieht, können Sie sich auch bei uns im Haus ein Fahrrad leihen, übrigens seit neuestem auch E-Bikes und können damit die Gegend erkunden oder mal in die Stadt fahren, zum Italiener auf ein Cappuccino oder einfach nur durch die Gegend, um ein bisschen zu sehen, was es Schönes gibt. Italiener nur der Cappuccino, weil Sie kochen hier ganz frisch und Sie kochen hier ganz besonders. Wir sehen hinter uns das Vier-Sterne-Hotel, direkt alles in einem Haus. Genießen schreiben Sie groß hier? Genießen schreiben wir groß und wir machen natürlich auch die Wege für unsere Gäste leicht. Wir haben eine Tiefgarage, Sie bekommen einen kostenfreien Tiefgaragenplatz und aus der Tiefgarage können Sie direkt mit dem Aufzug bis zur Rezeption auf die Zimmer, in den Therapiebereich, ober in unser Restaurant. In unserem Restaurant kochen wir natürlich alles frisch. Wir sind aber auch vorbereitet auf Allergien, auf Unverträglichkeiten und wenn wir da vorher Bescheid wissen, kann sich unsere Küche danach richten. Der Sonnenklar-TV-Zuschauer, für den das jetzt mal entscheidend wird, sich mal Fünfe gerade sein zu lassen und das sollte ich ja jedem Sonnenklar-TV-Zuschauer auch mal sagen, Gesundheit ist das Wichtigste Gut, was wir haben und damit sollten wir auch gut umgehen, denn das ist Lebensqualität, Gesundheit. Und wo kann ich weiterführende Informationen anbieten? Sie bieten verschiedene Arrangements. Wir bieten eine sehr große Anzahl an Arrangements. Leider würde das die Zeit hier sprengen, aber auf unserer Internetseite www.kurzentrum-waren.de kann man sich umfassend informieren. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, wie ich schon sagte, gehen Sie mit der Gesundheit gut um und wir von Sonnenklar-TV möchten auch, dass Sie gesund bleiben, denn das ist das Wichtigste Gut, was wir haben und Gesundheit ist halt auch Lebensqualität. Ich würde sagen, wir springen jetzt gleich mal hier rein, weil eine Jungbrunnen können wir doch immer gebrauchen, oder? Zurück zu euch nach München. Oh, schade, das hätte ich jetzt gerne noch mal gesehen. So in voller Montur ab in den Pool. Also, das können Sie halten, wie Sie möchten. Liebe Zuschauer, Gesundheit ist das Wichtigste Gut, Sie haben es gerade gehört. Und deswegen wird sich nachher alles um 20.30 Uhr nochmal genau um dieses Thema alles drehen. Sie können aber gerne schon mal auf der Homepage recherchieren. Einfach mal reingucken unter www.kurzentrum-waren.de. Ganz viele Informationen rund um einen gesunden Urlaub mit Therapien, mit eben Arrangements, die Sie hier buchen können. Also, das einfach nochmal ein ganz heißer Tipp von unserer Seite. Und Björn Kasper, wie gesagt, um 20.30 Uhr noch mit weiteren Informationen. Wir haben auch ein paar Informationen. Erholungsurlaub in der Karibik, das geht mit der Costa Luminosa.